In diesem Tutorial werden wir uns eine vollständige Kurvendiskussion für eine ganz rationale Funktion anschauen. Bevor wir loslegen, sollten wir klären, welche Elemente der Kurvendiskussion hier angesprochen werden. Als erstes Symmetrie, dann die Schnittpunkte mit den Achsen, das Blöde mit der X- und mit der Y-Achse, entsprechend das Verhalten im Unendlichen, sowie Extrempunkte, Wendepunkte und wenn wir alle diese Informationen gesammelt haben, natürlich die Skizze oder das Schaubild. Und noch ein paar nützliche Hinweise. Ihr könnt unten auf der Zeitleiste zu jeder dieser Themen gezielt springen, wenn ihr wollt. Außerdem, einzelne Tutorials zu jeder dieser hier angesprochenen Themen findet ihr auch am Ende dieses Videos im Abspann. Und los geht's mit der Symmetrie. Oben links findet ihr die Funktion, die wir gleich untersuchen werden. Und bezüglich Symmetrie interessieren uns natürlich nur die zwei einfachen Symmetriearten. Damit meine ich die Y-Achsen-Symmetrie und die Punkt-Symmetrie zum Ursprung. Diese Symmetriearten untersucht man gewöhnlicherweise mit zwei Ansätzen, die ich noch rechts eingeblendet habe. Diese zwei Ansätze sind aber überhaupt nicht notwendig für diese Funktionsart, also für die ganzrationale Funktion. Hier geht es viel, viel einfacher. Und zwar, wenn alle Exponenten gerade sind, dann ist die Funktion automatisch Y-Achsen-Symmetrisch. Und wenn alle Exponenten ungerade sind, dann ist sie punktsymmetrisch zum Ursprung. So, dann schauen wir auf die Exponenten unserer Funktion. Also, bei dem ersten Term haben wir hier eine hoch 4 und bei dem zweiten hoch 3. Also eine gerade und eine ungerade Hochzahl oder Exponenten. Tja, das bedeutet, keiner dieser zwei Fälle trifft zu. Und wenn gemischte Exponenten dabei sind, also gerade und ungerade, kann man mit gutem Gewissen aussagen, dass keine einfache Symmetrie vorhanden ist. Also, diese Funktion besitzt keine Symmetrie-Eigenschaft. Allerdings, manchmal muss man auch einen Beweis dafür liefern. Deshalb kommt jetzt nochmal die rechnerische Überprüfung. Und zwar mit den zwei Ansätzen, die wir hier auf der rechten Seite haben. Also, für die Achsen-Symmetrie müssen wir einfach zeigen, dass f von x das gleiche wäre wie f von minus x. f von x haben wir, das ist unsere Anfangsfunktion. Das einzige, was wir noch bilden müssen, ist f von minus x. Und das bedeutet für uns übersetzt, wir setzen überall das x in der Anfangsfunktion mit einer Klammer mit minus x. Entsprechend sieht das Ganze dann so aus. 3 mal minus x, Klammer zu, hoch 4, plus 4 mal minus x, hoch 3. Und jetzt fassen wir diesen Term zusammen. Also, die erste Klammer verschwindet natürlich und das Minus mit, weil wir eine gerade Hochzahl und einen geraden Exponenten haben. Das wird, das bleibt nur 3x, hoch 4. Und bei der zweiten Klammer bleibt ja das Minus bestehen, weil wir eine ungerade Hochzahl haben. Und dieses Minuszeichen können wir auch nach vorne ziehen, dann haben wir minus 4x, hoch 3. So, jetzt vergleichen wir diesen Term mit unserer Anfangsfunktion und merken, okay, die sind nicht identisch. Deshalb gibt es keine y-Achsen-Symmetrie. Ich kürze mal hier so ein bisschen ab. Also keine y-Achsen-Symmetrie. Naja, und wenn die Funktion nicht y-Achsen-Symmetrisch ist, dann können wir überprüfen, ob sie punktsymmetrisch ist. Kurz hier auf der rechten Seite die Ansätze. f von minus x haben wir bereits. Wir haben es schon hier oben gebildet bei der Achsen-Symmetrie-Überprüfung. Das bedeutet, das Einzige, was wir noch brauchen, ist dieser Minus f von x hier. Und das bedeutet übersetzt, wir setzen vor der ganzen Funktion ein Minuszeichen oder eine Minusklammer. Und das sieht dann so aus. Minus, Klammer auf, dann schreibe ich die Funktion von oben ab. Minus 3x, hoch 4, plus 4x, hoch 3. Und dann lösen wir natürlich die Klammer auf. Also entsprechend haben wir dann minus 3x, hoch 4, minus 4x, hoch 3. So, diesmal müssen wir diese zwei Terme hier vergleichen. Also f von minus x, das hier, und minus f von x, das hier. Und diese Terme sind ebenfalls nicht identisch. Das bedeutet, die Funktion ist, so wie wir schon am Anfang festgestellt haben, auch nicht punktsymmetrisch. Also ich schreibe mal abgekürzt, keine Punktsymmetrie. Und nochmal der Hinweis, diese Überprüfung, also diese rechnerische Überprüfung, macht ihr nur dann, wenn ihr explizit aufgefordert werdet. Bei dieser Funktionsart reicht es, wenn ihr das so wie oben begründet. So, als nächstes die Achsenschnittpunkte. Und in erster Reihe die Schnittpunkte mit der x-Achse. Oder auch oft Nullstellen genannt. So, dafür setzen wir natürlich die Funktionsgleichung gleich 0. Und jetzt geht es darum, diese Gleichung zu lösen. Naja, die beste Idee, die man hier haben kann, ist, ein x hoch 3 auszuklammern. Und entsprechend bleibt dann auf der linken Seite einfach nur 3x. Und auf der rechten Seite nur die 4. So, jetzt können wir diesen sogenannten Satz vom Nullprodukt anwenden. Das heißt, wir haben hier ein Produkt aus zwei Termen, was 0 ergibt. Das bedeutet, entweder kann der erste Term 0 sein. Das heißt dann einfach x hoch 3 ist gleich 0. Ja, dann würden wir grundsätzlich noch die dritte Wurzel ziehen. Aber die Lösung bleibt 0. Und auf der rechten Seite haben wir den Inhalt dieser Klammer. 3x plus 4 ist gleich 0. Und dann müssen wir nur noch ein bisschen umformen. Also die 4 rüberbringen mit minus 4. 3x ist gleich minus 4. Und wenn wir noch durch 3 teilen, haben wir dann als zweite Lösung minus 4 Drittel. So, da die Punkte gesucht sind, schreiben wir beide Punkte nochmal hin. Also die erste Nullstelle oder der erste Schnittpunkt mit der x-Achse lautet N1 mit den Koordinaten 0 Strich 0. Und der zweite Schnittpunkt ist N2 mit den Koordinaten minus 4 Drittel und 0. Außerdem bräuchten wir hier noch diesen Schnittpunkt mit der y-Achse. Zur Erinnerung, da muss man immer für x 0 einsetzen. Kurz gesagt, wir berechnen oben einfach mal f von 0. Und wenn ihr das gedanklich oben einsetzt, dann habt ihr 3 mal 0 plus 4 mal 0 ist natürlich 0. Also der Schnittpunkt mit der y-Achse wäre offiziell 0 Strich 0. Allerdings ist das nur doppelt gemoppelt. Wieso? Wir hatten schon eine Nullstelle bei 0 Strich 0. Also bei dieser Funktion ist der Schnittpunkt mit der y-Achse identisch mit der Nullstelle. Aber das müsst ihr trotzdem immer wieder neu überprüfen. Bei einer anderen Funktion muss das nicht der Fall sein. Unser nächster Baustelle ist das Verhalten im Unendlichen. Also es gibt hier mehrere Darstellungsmöglichkeiten. Ich werde jetzt mit der klassischen anfangen. Also man sagt offiziell so, für x gegen zum Beispiel plus unendlich, ist egal mit was ihr anfangen tut, gilt f von x gegen. Und das wollen wir dann rausfinden. Aber ich schreibe schon mal im Voraus auch den zweiten Ansatz. Und zwar für x gegen minus unendlich, gilt f von x gegen. Um ehrlich zu sein, gibt es bei dieser ganz rationale Funktion nun mehrere gedankliche Methoden, wie man dieses Verhalten ermitteln kann. Ich werde euch jetzt eine zeigen, die meiner Meinung nach am einfachsten geht und am schnellsten. Und zwar in erster Reihe müsst ihr euren Funktionsterm betrachten und den einen Term mit der höchsten Potenz suchen. Der ist bei uns eigentlich gar nicht schwer zu finden. Das ist dieser 3x auf 4. Ja, dieser Koeffizient vorne, ob er positiv oder negativ ist, muss mitgenommen werden bei der Betrachtung. Dann, zum Beispiel wir wollen als erstes für x gegen plus unendlich schauen. Na ja, bei dieser Funktion gibt es ja als Ergebnis für dieses Verhalten entweder plus oder minus unendlich. Deshalb muss man sich das Leben nicht zu kompliziert machen. Damit meine ich, statt plus unendlich könnt ihr euch auch eine plus 1 vorstellen. Also das ist jetzt nur das, was ihr euch gedanklich vorstellt. Diese 1 oben hier für x einsetzen und schauen, welches Vorzeichen das Ergebnis hat. Das heißt, wenn bei dieser Betrachtung was Positives rauskommt, dann ist euer Ergebnis automatisch plus unendlich. Wenn eine negative Zahl rauskommt, dann ist euer Ergebnis automatisch minus unendlich. Also, machen wir das jetzt. Also wir nehmen die 1 und setzen sie hier für x. Dann hätten wir 1 auf 4, das ist natürlich 1, also was Positives. Und 1 mal 3 sind wiederum 3, also wieder eine positive Zahl. Das bedeutet, unser Ergebnis lautet einfach plus unendlich. Das gleiche Spiel jetzt mit der minus unendlich. Natürlich setzen wir da, statt minus unendlich gedanklich eine minus 1. Also, oben für x minus 1 einsetzen und minus 1 auf 4 ausrechnen. Das Minuszeichen verschwindet, weil 4 eine gerade Zahl ist. Und deshalb haben wir hinten nur noch eine 1 und 3 mal 1 ergibt wieder 3. Also wieder ein positives Ergebnis. Und das bedeutet, nach links geht es auch gegen plus unendlich. Und das war es eigentlich mit dem Verhalten unendlichen. Diese Taktik, die ich euch hier gezeigt habe, funktioniert bei allen ganz rationalen Funktionen. Und am Ende, wenn wir das Schaubild skizzieren, werden wir uns auch grafisch anschauen, welche Bedeutung dieses Verhalten hat. Unser nächster Punkt wären die Ableitungen. Das ist so mal ein Zwischenpunkt, weil wir natürlich danach extrem um Wendepunkte berechnen wollen. Brauchen wir offiziell 3 Ableitungen. Das machen wir jetzt auch. Wir leiten diese Funktion 3 mal ab. Diese Funktion ist hinsichtlich der Ableitung eine sehr einfache Funktion. Man braucht gar keine höhere Ableitungsregel wie Kettenprodukt- oder Quatientenregel. Das Einzige, was man braucht, sind die Grundregel, also Potenzfaktor und Summenregel. Und damit bilden wir jetzt die ersten drei Ableitungen. Das heißt, die erste Ableitung lautet, 4 mal 3 sind 12 x hoch 3 plus 3 mal 4 sind ebenfalls 12, dann x hoch 2. Also das wäre dann schon die erste Ableitung. Dann die zweite Ableitung lautet, 3 mal 12 sind 36 x hoch 2 plus 2 mal 12 sind 24 x. Und die dritte und letzte Ableitung, die wir noch brauchen, ist dann 2 mal 36 sind 72 x und plus 24. Und jetzt, da wir die Ableitung haben, können wir mit der Berechnung der Extrempunkte loslegen. Ich habe hier noch die Anfangsfunktion und die ersten zwei Ableitungen eingeblendet, weil das ist das, was wir brauchen für diese Bestimmung der Extrempunkte. Und zur Erinnerung, man fängt an, indem man die erste Ableitung gleich 0 setzt. Das ist die sogenannte notwendige Bedingung. Wenn ihr es allerdings aus dem Unterricht nicht unter diesen Namen kennt, dann ignoriert das einfach. Also wichtig ist, dass ihr die erste Ableitung gleich 0 setzt. Und das machen wir jetzt natürlich auch. Also ich stampe hier die erste Ableitung, dieser 12 x hoch 3 plus 12 x Quadrat und setze es gleich 0. Auch hier ist es vorteilhaft, wenn man zuerst das x hoch 2 ausklammert. Also wir haben dann x hoch 2, Klammer auf, dann bleibt auf der linken Seite nur noch 12 x und auf der rechten Seite die 12. Und dann entsprechend wieder diesen Satz vom Nullprodukt anwendet. Also hier ist unser Produkt, kann entweder die linke Seite 0 werden oder die rechte Seite. Die linke Seite ist ganz easy, x Quadrat ist gleich 0. Wir ziehen die Wurzeln und haben dann unsere erste Lösung, x1 ist gleich 0. Und auf der rechten Seite müssen wir diesen Term in inneren der Klammer noch ein bisschen umformen. Das heißt, ich bringe die 12 auf die andere Seite mit minus 12. Und dann haben wir 12x ist gleich minus 12. Und wenn wir das Ganze nochmal durch 12 teilen, dann ist lauter die zweite Lösung, x2 ist gleich minus 1. Jetzt müssen wir überprüfen, ob diese Stellen auch Extrempunkte sind. Und das macht man mit Hilfe der zweiten Ableitung. Das ist die sogenannte hinreichende Bedingung, wenn ihr das unter diesem Namen kennt. Sonst heißt es nur, diese zwei Werte nehmen und in die zweite Ableitung einsetzen. Also, wir berechnen einmal f' von 0 und einmal f' von minus 1. Gut, die zweite Ableitung habt ihr hier an dieser Stelle. Wenn ihr da 0 einsetzt, dann könnt ihr, glaube ich, sehr einfach erkennen, dass einfach 0 rauskommt. Das ist kein gutes Zeichen für den Anfang. Dann kommen wir gleich hier zurück zu dieser 0. Erstmal rechnen wir das Ganze auch mit dem minus 1. Wenn ich oben minus 1 einsetze, dann habe ich 36 mal minus 1 hoch 2 plus 24 mal minus 1. Und wenn ich das zusammenfasse, dann haben wir 36 minus 24 sind einfach 12. Wichtig ist, dass diese Zahl positiv ist, also größer als 0 ist. Das bedeutet, wir haben an dieser Stelle ein Minimum oder einen Tiefpunkt. Also, das ist jetzt ein Minimum. Allerdings haben wir immer noch dieses Problemchen mit dem 0. Ihr müsst euch jetzt nur erinnern, was dieser 0 eigentlich bedeutet. Dieser 0 bei der Überprüfung bedeutet nur, dass diese Überprüfung mit Hilfe der zweiten Ableitung eigentlich gescheitert ist. Und dass ihr eine andere Überprüfung nehmen müsst. Also, es ist noch alles offen. Theoretisch kann diese Stelle immer noch eine Extremstelle sein. Aber es kann auch eine Sattelstelle sein. Und um das zu überprüfen, tut man den sogenannten Vorzeichenwechsel in der ersten Ableitung untersuchen. Und das machen wir mal wie folgt. Also, man stellt sich hier so ein bisschen die x-Achse vor. Man trägt diese beiden Extremstellen, die man hier hat, an dieser Stelle an, auf diese x-Achse. Also, von links nach rechts gesehen, haben wir einmal die minus 1 und dann die 0. So, die minus 1 ist nicht unser Problem. Das wäre das Minimum. Was uns interessiert, ist auf jeden Fall das Vorzeichenwechsel hier bei der 0. Das bedeutet, wir müssen jetzt links und rechts neben der 0 zwei Zahlen wählen und in die erste Ableitung einsetzen. Also, weil der Bereich hier nicht so groß ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als hier die minus 0,5 zu wählen. Und auf der rechten Seite können wir meinetwegen die 1 wählen. So, also, beide dieser Werte, dieser x-Werte, werden jetzt in die erste Ableitung eingesetzt. Die haben wir hier an dieser Stelle. Und wir schauen, welches Vorzeichen die Ergebnisse haben. Ich habe jetzt diese Werte in das Taschenrecht eingegeben und zum Beispiel, wo ich die minus 0,5 eingesetzt habe, kam 3 halbe raus. Die Zahl ist nicht wirklich von Bedeutung, aber wichtig ist, dass ihr euch merkt, das Ergebnis ist positiv. Und wenn man die 1 einsetzt in die erste Ableitung, kann man das sehr einfach so nachvollziehen, da kommt einfach 24 raus. Also, ebenfalls was Positives. Naja, das bedeutet, von links nach rechts haben wir dann kein Vorzeichenwechsel. Also, hier gibt es kein VZW. Deshalb ist das kein Extrempunkt, sondern ein Sattelpunkt. Diese Tatsache wird sich auch bestätigen, wenn wir jetzt die Wendepunkte ausrechnen. Zur Erinnerung, die Wendepunkte oder der Sattelpunkt ist ein besonderer Wendepunkt. Deshalb wird er auch bei der Wendepunktberechnung rauskommen. So, kurz gesagt, wir haben nur einen Tiefpunkt an der Stelle minus 1 und natürlich wollen wir noch die y-Koordinate von diesem Tiefpunkt bestimmen. Wir wollen ja später noch in ein Koordinatsystem eintragen. Dafür nehmen wir die minus 1 und setzen es einfach oben in die Anfangsfunktion, in f von x. Also, f von minus 1 heißt für uns 3 mal minus 1 hoch 4 plus 4 mal minus 1 hoch 3. Also, vorne wird aus der minus 1 eine plus 1, deshalb bleibt 3, hinten minus 4, 3 minus 4 sind minus 1. Das wird die Koordinaten dieses Tiefpunktes lauten minus 1 Strich minus 1. Und, was wir jetzt noch haben vor unserer Skizze, ist noch die Berechnung der Wendepunkte. Dafür braucht ihr in der Regel die zweite und die dritte Ableitung. Die habe ich auch hier schon mal eingeblendet. Und hier legen wir los, indem wir die zweite Ableitung gleich 0 setzen. Das ist wieder die sogenannte notwendige Bedingung. Also, wir stampen uns jetzt diese Ableitung, diese zweite Ableitung, dann 36x² plus 24x und setzen es gleich 0. Auch hier sollten wir ein x zuerst ausklammern. Dann bleibt ja auf der linken Seite nur noch 36x plus 24 ist gleich 0. Und dann erneut diesen Satz vom Nullprodukt anwenden. Das wäre die erste Lösung, lautet x1 gleich 0. Tja, das war ja auch die Lösung, die wir bei der ersten Ableitung gehabt haben und gesagt haben, da kommt ein Sattelpunkt raus. Deshalb ist es auch eine Lösung bei den Wendepunkten. Und die rechte Seite lautet dann 36x plus 24 ist gleich 0. Hier bringen wir zuerst die 24 rüber, entsprechend mit minus 24. Da haben wir nur noch 36x sind gleich minus 24. Und wenn wir das Ganze noch durch 36 teilen, haben wir dann als zweite Lösung x2 ist gleich. 24 und 36 kürzen sie ganz gut durch 12. Deshalb lautet unser Ergebnis dann entsprechend minus 2 Drittel. Auch diese Lösungen müssen überprüft werden, und zwar mit der sogenannten hinreichenden Bedingung. Das heißt, wir setzen diese x-Werte in die dritte Ableitung und diese muss verschieden von 0 sein. Das sieht dann wie folgt aus. Einmal f' von 0. Und hier oben habt ihr die dritte Ableitung. Wenn ihr für x0 einsetzt, dann bleibt ja nur noch die 24 übrig. Ja, und das ist auf jeden Fall eine Zahl, die verschieden ist von 0. So könnt ihr das Ganze andeuten. Und dann können wir auch noch die minus 2 Drittel dort einsetzen. Dann hätten wir entsprechend 72 mal minus 2 Drittel und plus 24. Also 3 und 72 kürzen sie weg, bleibt 26. Dann habt ihr entsprechend 26 mal minus 2 sind dann minus 52 und plus 24. Und dann ist das eigentlich 28. Auch diese Zahl, beziehungsweise minus 28, haben wir da. Auch diese Zahl ist verschieden von 0 und damit existiert auch der zweite Wendepunkt. Das einzige, was wir jetzt noch brauchen, sind die y-Koordinaten für diese Wendepunkt. Wir wollen sie noch in ein Koordinatsystem eintragen. Deshalb nehmen wir die zwei x-Werte, also 0 und minus 2 Drittel und setzen es oben in die Anfangsfunktion ein. Also einmal berechnen wir f von 0. Also hier oben eingesetzt, kommt natürlich 0 raus. Ja, das hatten wir auch als Nullstelle. Diese Nullstelle ist auch ein Wendepunkt. Also, oder besser gesagt ein Sattelpunkt. 0'0 wäre unser erster Punkt. Und f von minus 2 Drittel. Ja, zugegeben, hier bräuchte man schon auf die Schnelle einen Taschenrechner. Ich habe das auch bereits in den Taschenrechner eingetippt und da kommt sowas raus wie minus 16,27. Ja, keine so hübsche Zahl. Es ist ungefähr 0,6 gerundet. Also minus 0,6. Und das wäre die y-Koordinate von unserem zweiten Wendepunkt. Also, W2 hat die Koordinaten minus 2 Drittel. Minus 2 Drittel sind übrigens für unser Koordinatsystem, was noch kommt, ungefähr minus 0,67 oder minus 0,7 gerundet, damit wir es eintragen können und die y-Koordinate ist minus 0,6 in diesem Fall. Und natürlich, nachdem wir alle diese Infos angesammelt haben, werden wir auch das Schaubild skizzieren, und zwar in diesem Koordinatsystem. Versuchen wir uns erstmal zu erinnern, was wir bis jetzt alles rausgefunden haben. Also, in der ersten Reihe haben wir die Nullstellen bestimmt. Dann das Verhalten im Endlichen. Dann einen Tiefpunkt hatten wir noch. Und zwei Wendepunkte, wobei einer dieser Wendepunkte bei 0,0 eigentlich ein Sattelpunkt war. Über die Symmetrie habe ich jetzt nicht hingeschrieben, weil die Funktion überhaupt keine Symmetrie-Eigenschaft hatte. Deshalb spielt das keine Rolle für unser Schaubild. So, schönen Dreihe nach tragen wir alle diese Sachen hier ein, in diesem Koordinatsystem. Ich fange an mit den zwei Nullstellen, hier mit zwei grünen Punkte dargestellt. Dann als nächstes unser Tiefpunkt bei minus 1 Strich minus 1, ebenfalls ein grüner Punkt. Und die Wendepunkte, naja, einer dieser Wendepunkte ist bereits eine Nullstelle, bei 0,0, das haben wir ja schon. Der zweite Wendepunkt wäre ungefähr hier. Und wenn ihr jetzt berücksichtigen tut, dass dieser eine Wendepunkt oder Nullstelle auch ein Sattelpunkt ist, dann wird das Schaubild der Funktion so aussehen. Also, wenn ihr ein paar mehr Punkte braucht, dann könnt ihr natürlich auch noch weitere X-Werte nehmen und einsetzen. Aber das reicht eigentlich für eine Skizze. Und nun mal so als Überprüfung am Ende. Wir haben hier herausgefunden, nach rechts und nach links gesehen, läuft die Funktion jeweils gegen Plus unendlich. Das könnt ihr jetzt auch an den Enden der Funktion hier auf der rechten und auf der linken Seite sehen. Und wie bereits am Anfang erwähnt, findet ihr jetzt gleich im Abspann auch einzelne Tutorials zu alle hier angesprochenen Themen. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.